Der Mensch verbringt 374 Tage seines Lebens, damit zu warten. Ab jetzt wird sich das Warten lohnen. Nach der Bestellung braucht jeder Mercedes seine Zeit, um erschaffen zu werden. Und wir wissen, wie schwierig es ist zu warten. Auf das hier und das und auch darauf. Nutzen Sie die Zeit und treten Sie ein in das digitale Markenerlebnis von Mercedes-Benz. Das ist ein in das digitale Markenerlebnis von Mercedes-Benz. Das ist ein in das digitale Markenerlebnis.